Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Unterhaching am heutigen Sonntag. Die Partie endet 0 zu 1 vor über 10.200 Zuschauern. Das erste Wort gebührt wie immer unserem Gästetrainer Marc. Erstmal grüß Gott zusammen. Ich glaube, ich muss heute zwei Komplimente verteilen. Das erste geht an Stefan und seine Truppe über einen wahnsinnig leidenschaftlichen, couragierten Auftritt über 90 Minuten, den wir in keiner Phase des Spiels eigentlich kontrollieren konnten. Ich glaube, man hat gemerkt, dass Halle die Situation annimmt, dass sie alles wollten. Am Ende haben sie für uns natürlich zum Glück aus eurer Sicht Reise leider gar nichts bekommen. Das zweite Kompliment geht an meine Mannschaft, die 90 Minuten heute extrem leidenschaftlich verteidigt hat. Wir haben im Vorfeld angekündigt, dass wir die letzten drei Spiele so angehen, während wir die ersten 35 angegangen sind. Ich glaube, das hat heute jeder gesehen. Dafür ein Riesenkompliment. Wir waren inhaltlich mit vielen Dingen heute nicht einverstanden, wie wir eigene Ballbesitzphasen ausgespielt haben. Die Bälle waren viel zu schnell weg, aber Kampf, Leidenschaft, Laufbereitschaft und Charakterstärke reicht dann manchmal auch zum Sieg. Eine Aktion hat uns gereicht. Ich glaube, es gab viele Möglichkeiten, wo wir hätten in Rückstand geraten können, vor allem in der ersten Halbzeit. Aber auch direkt vor unserem 1-0 als Baumann an Vollert nochmal gescheitert ist. Für uns ein glücklicher Sieg heute, Sieg der Leidenschaft. Reise, ich wünsche euch für die letzten beiden Spiele die maximale Punktausbeute und hoffe, dass ihr die Klasse haltet. Alles Gute. Vielen Dank. Dann kommen wir zu deiner Spieleinschätzung, Stefan. Ja, hallo zusammen. Auch erstmal von meiner Seite. Natürlich ist die Enttäuschung jetzt erstmal groß. Das ist klar nach so einem Spiel. Ich glaube, wir sind das Spiel auch gut angegangen, mutig. Wir waren gut vorbereitet auf Unterhaching. Haben die früh unter Druck gesetzt. Wollten auch vor heimischer Kulisse da sofort Druck aufbauen und Chancen erspielen. Auch Gegner gleich direkt einschnüren, hoch attackieren. Das haben die Jungs wirklich auch gut umgesetzt. Aber das Entscheidende ist halt dann einfach, dass du dich dann dafür belohnst in der Drangphase. Und das haben wir leider da das Tor dann nicht gemacht. Waren auch bei der einen oder anderen Standard, die wir hatten, nicht konzentriert, nicht sauber. Wo wir vielleicht noch die eine oder andere Chance uns mehr hätten rausspielen können. Auch nicht so zwingend. Haben das in der Halbzeit auch nochmal angesprochen. Dann haben wir wieder gut losgelegt und hatten auch nochmal die Riesenschance mit Baumann, wo wir in Führung gehen können. Haben wir dann leider auch nicht genutzt. Und dann mit einer Unaufmerksamkeit. Wobei man das natürlich auch ehrlich sagen muss, war auch sehr gut gespielt. Und wir wussten natürlich auch um die Qualitäten von Unterhaching. Das kannst du natürlich auch nicht 90 Minuten verhindern. Das machen sie dann auch wirklich richtig gut. Da hopst du dann auch, wie er das Tor macht. Das muss man natürlich ehrlich sagen, die Abgezocktheit vom Tor, das konnten wir heute leider nicht zeigen. Und dann war es natürlich nach dem 1-0, muss man sagen, hast du schon gemerkt, dass das vom Kopf her was macht mit uns. Da war die Stimmung ein bisschen lähmend. Und haben es dann auch nicht mehr geschafft, dass wir so zwingend werden und noch zum Ausgleich kommen. Am Ende des Tages ist es natürlich enttäuschend. Wir haben leider keine Punkte mitnehmen können. Aber wir müssen wieder die Köpfe wieder oben bringen und nach vorne schauen. Wir haben noch zwei Spiele und dann müssen wir auf Sieg gehen. Danke. Dann kommen wir direkt zu euren Fragen und beginnen mit der mitteldeutschen Zeitung. Christopher Kitscher, bitte. Sie haben es ja beide jetzt schon gesagt, bis zum Gegentreffer ein Spiel auf ein Tor und dann der Bruch so ein bisschen. Also vor allem, wie Sie gesagt haben, im Kopf arbeitet es dann einfach in der Mannschaft. Ja, es ist klar, wenn du drückst, wenn du drückst, wenn du drückst. Und es geht dann auch leider keiner rein. Und dann wirst du dann so hart bestraft. Ich glaube, das war nicht nur für die Spieler, sondern im ganzen Stadion hast du, glaube ich, ein bisschen das Lähmende gemerkt. Auch von der Stimmung, die bis dahin auch wirklich super war. Die haben uns ja nach vorne gepeitscht. Aber das ist halt manchmal im Fußball. Dann fängst du auch an zu überlegen. Wir haben dann auch, muss man sagen, dann auch heute, wenn man war, auch von der Bank her, da konnte man leider nicht so die Akzente setzen, was uns auch in den letzten Wochen auch stark gemacht hat. Aber trotzdem kann man den Jungs keinen Vorwurf machen. Sie haben trotzdem noch alles versucht bis zum Ende. Können Sie nochmal zur Situation, große Chance Baumann, was sagen? Er spielt ja hier eine starke Saison, ist ja heute so ein bisschen die tragische Figur aufgrund der Szene auch. Ich denke, er ist jetzt nicht der Alleinige. Wir hatten mehrere Torschussmöglichkeiten oder ich glaube auch einmal noch einer auf der Linie geklärt nach dem Schuss vom Altsberger. Bei der Standardvariante oder einfach auch Torschussmöglichkeiten, wo wir das Tor nicht treffen, wo wir einfach zielstrebiger da das Tor zumindest treffen müssen. Da ist jetzt nicht eher der Alleinige, der, wo man das angreifen muss. Alle dürfen Tore machen und das haben wir leider heute nicht geschafft. Und das ist halt das Entscheidende im Fußball. Jetzt hat der Kapitän schon zur Mannschaft gesprungen. Wie sind Sie nach dem Spiel auf die Mannschaft zugegangen? Haben Sie erst mal die Mannschaft für sich gelassen? Nein, also ich hatte auch was gesprochen kurz im Kreis, dass ich der Mannschaft, wie gesagt, wir müssen die Köpfe trotzdem oben behalten. Also wir haben alles versucht. Wir haben Gas gegeben, aber wir haben halt leider verloren heute. Kapitano hat dann auch noch mal ein, zwei Wörter gesagt. Und wir müssen natürlich auch das wieder aufarbeiten, dann uns auf das nächste Spiel fokussieren und dann in Bielefeld Attacke. Das Positive heute, dass man mitnehmen kann, dann die Art und Weise und auch über die Saison hinweg auch immer aufgestanden nach Rückschlägen? Ja klar, also ich denke, das Spiel von uns war halt nicht so verkehrt. Wir haben das echt gut umgesetzt, waren auch gut vorbereitet auf Unterhaching, die gar nicht so ins Spiel kommen lassen. Aber manche Sachen kannst du halt dann auch, sind halt dann am Rasen entscheiden. Und da muss einfach das Runde dann in Säcke gehen und das haben wir halt leider nicht geschafft. Mit einem Sieg hätte man es heute dann in der eigenen Hand gehabt. Jetzt muss man wieder auf die Konkurrenten schauen. Also heute Abend, klar, schaut man dann auf, was Mannheim dann macht. Ja, sicher, wenn wir das machen. Aber es hilft ja trotzdem auch nichts, weil wir müssen überwiegend auf uns gucken. Weil wir müssen schauen, dass wir die Spiele gewinnen. Und das ist natürlich jetzt im ersten Moment halt schon eine Enttäuschung, das ist klar. Jan Behrendt heute zurückgekehrt. Wie haben Sie ihn gesehen? Ich denke, er hat es im Abwehrverbund auch gut gemacht, so wie die ganze Mannschaft. Ich kann der Mannschaft, wie gesagt, keinen Vorwurf machen. Eine Unaufmerksamkeit haben wir zugelassen. Es war aber auch gut gespielt aus der Umschaltsituation. Ein guter Steckpass vom Kartenmacher und das macht der Hopsch natürlich dann auch gut, weil du es auch nicht über 90 Minuten komplett auch verhindern kannst, dass die gar keine Torschuss haben. Und das ist halt einfach dann schade, dass wir dann nicht zumindest mit 0-0 nach Hause gehen. Alles klar, vielen Dank. Dann Marc, euch eine gute Heimreise und euch einen schönen Sonntag. Eine Frage wäre schon noch gegangen. Achso. Eine hätte ich noch akzeptiert. Nö, nö, ich war sowieso, wie ich mit dem Buch kam. Das denke ich auch und einen schönen Sonntag und bis nächste Woche in Bielefeld. Vielen Dank. Vielen Dank.